einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen jetzt john rick hex anzocken das ist ein ps4 spiel ich werde es auf der ps5 spielen soll ein taktisch basierendes spiel sein also praktisch in runden in intervallen ich bin mal gespannt ich habe es mir bei geholt bei otto führte im angebot für 14 999 95 bin mir jetzt nicht sicher war zerquetschte wo ich mir bio mutants gekauft hatte was ich an otto dann wieder zurückgeschickt habe weil sie ewig gebraucht haben ich habe es mir dann im psn gekauft deutsch untertitel an musik lautstärke 50 runter aber auch 40 finde ich mich immer noch extrem laut so und neues spiel oh ne 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 ich nehme das kernspiel nicht irgendwelche irgendwelche sieben sekunden emblematik typen 22 es wird Ich habe gedacht, dass wir in das Audio hochdeutsch sein würden. Das kotzt mir jetzt schon wieder an, aber egal. Sohn, sondern wir haben noch einen Ratsch. Wir wollen das jetzt an, aber auch nicht. Sohn, wir müssen diese Karte aufhören. Ich kann die Karte aufhören. Ich kann die Karte aufhören. Ich kann die Karte aufhören. Was ist das? 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 was? Was ist das? Was ist das?